Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 27.300 US-Dollar. Wir haben heute Morgen oder heute Nacht einen ordentlichen Push nach oben hinbekommen. Sogar mit etwas, ja, ein bisschen mehr Volumen als erwartet an einem Sonntag oder Montagmorgen. Trotzdem, wir sind in einem entscheidenden Bereich. Möglicherweise geht es jetzt sofort wieder runter. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Gestern habe ich schon in der Telegram-Gruppe announced, war nicht wirklich viel los. Deswegen habe ich mir gestern einfach mal wieder einen Tag Pause gegönnt. War einfach nicht viel los, da kann man sich das Video sparen. Ist Sonntag, was soll da schon meistens viel passieren? Ja, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne, wenn ihr Bock habt, in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Signale, Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 27.330 US-Dollar. Wir haben ja am Samstag das letzte Mal darüber gesprochen, dass wir uns das Fit-Level von unserem letzten Hochpunkt hier oben bei den 28.300 US-Dollar bis runter zu den 25.800 US-Dollar gezogen haben. Und dann war ja so die Idee, im Endeffekt hier oben das reinzuschorten. Die Idee ist eigentlich immer noch, nur ich würde mir gerne diesen Wick hier drüben noch holen bei den 27.630 US-Dollar. Das ist so momentan ein bisschen so die Short-Idee des Golden Pocket. Ganz ehrlich, reicht mir momentan persönlich nicht aus, nachdem wir jetzt hier auch nochmal so eine impulsive Kerze hatten. Und wenn wir das Ganze wieder mal so, wir können mal wieder unseren Traders-Reality-Indikator anmachen. Dann sehen wir auch, okay, jetzt wieder so ein Vektor-Push. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Wir hatten hier drüben einen Vektor-Push, hier einen Vektor-Push. Und meistens folgt da möglicherweise sogar noch ein dritter. Klar, wir haben jetzt auf einem 1-Stunden-Timeframe hier auch noch eine kleine Bearish Divergence. Nur, wenn man uns das hier jetzt mal ein bisschen was volumentechnisch anguckt, seht ihr das hier unten. Wir kriegen hier ein bisschen mehr Volumen auch wieder rein. Wir hatten hier die erste Volumenkerze, hier die zweite jetzt auch mit einer Vektor-Candle. Also, die Chance, dass wir uns jetzt im Endeffekt nochmal diese höhere Zone ein bisschen weiter oben holen, ist relativ hoch. Weshalb ich jetzt noch keinen Short-Trade gesetzt habe, beziehungsweise mir der Short-Trade jetzt noch ein bisschen zu schade war und noch kein Setup gekommen ist. Eine Rücksetzer, klar. Wir können uns die Vektor-Candle hier schnellstmöglich wiederholen in dem Bereich der 26.900 bis 26.736. Das ist noch eine Möglichkeit. Und dann im Endeffekt mit dem letzten Push, den wir dann möglicherweise im Laufe des Tages noch bekommen, hier oben den Short-Zielbereich 27.635 bis ungefähr 27.800 US-Dollar abholen. Volumentechnisch können wir uns das auch mal angucken. Die Candle haben wir jetzt abgeholt, die da oben haben wir jetzt auch abgeholt. Also, technisch gesehen, Volumen oder Volumentechnisch gesehen, müssen wir uns hier oben nicht mehr unbedingt irgendwas abholen. Sollten wir uns jetzt hier in einen Short-Trade reingehen, würde ich auf jeden Fall einen Stop-Loss hier über diesen letzten Week vielleicht sogar ein bisschen weiter höher. Aber das sind schon wieder 2%, das ist ein bisschen viel, hier oben in die 1-Stunden-Supply-Zone reintun. Persönlich ein bisschen viel. Wer immer so ein bisschen gediegener angehen möchte, dann vielleicht auf die 27.984. Aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen in Planung. 2% finde ich dann schon wieder ein bisschen happig für einen potenziellen Short. Aber im Endeffekt, das Ziel bleibt weiterhin, da haben wir auch ja die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, die 25.200 bzw. 25.300 lieber ein bisschen eher, weil ihr wisst, falls es nicht abgeholt wird, bis ungefähr 24.000 US-Dollar-Marke. Auch hier nochmal vielleicht der Blick auf den Tagesschart, lohnt sich vielleicht auch nochmal dazu. Wir machen hier das Fit-Level nochmal weg damit so ein bisschen. Gediegene Aussied, Golden Pocket weiterhin hier in der 24.000 US-Dollar-Area. Natürlich haben wir hier auch noch so einen riesigen, ineffizienten Bereich. Muss aber nicht mehr unbedingt gefüllt werden. Also für mich persönlich wäre es lieber, wir holen uns das Golden Pocket ab, kriegen hier eine schöne Reaktion nach oben hin raus und versuchen dann zumindest wieder die 32.400 US-Dollar-Marke anzugreifen. Ist aber noch ein bisschen längere Geschichte. Wie gesagt, momentan sind wir einfach noch in einem kleinen Downtrend gefangen, wenn wir uns das mal auf Daily-Sicht so ein bisschen angucken. Also wir bilden weiterhin tiefere Tiefs. Die Aufwärtsstruktur ist erst einmal gebrochen, auch nachdem wir jetzt diese Tiefs hier drüben rausgenommen haben. Aufwärtsstruktur gebrochen, Abwärtstrend auf jeden Fall drin. Sollten wir den Abwärtstrend brechen wollen, mache ich nochmal das Setup hier weg, müssen wir auf jeden Fall hier zumindest kurzfristig mal ein Daily-Close über 28.136 schaffen. Wenn wir dann ein höheres Tief wiederum machen, um das mal so ein bisschen anschaulich anzuzeigen, wäre dann so ein höheres Tief und dann müssten wir eine neue Aufwärtsstruktur kreieren. Danach sieht es momentan, ganz ehrlich, noch nicht aus. Ist ein bisschen zu früh. Deswegen bin ich eher weiter noch ein bisschen short-orientiert. Und wie gesagt, der Zielbereich hier unten, mindestens das 0,5er FIP-Level. Besser wäre es eigentlich grundsätzlich, das Golden Pocket zu testen. Aber wir haben es die letzten Tage ja immer wieder mal gehabt. Oder ich sage jetzt auch mal so, die letzten Wochen, dass das Golden Pocket teilweise überhaupt nicht getroffen wurde. Jetzt wurde es mal wieder getroffen. Aber wie gesagt, ich warte hier eher noch, dass wir uns diesen Wig hier oben holen. Auch wegen der Liquidität. Ihr seht es hier unten im Volumen. Ich mache mal ganz kurz die blaue Box hier weg. Ich seht es hier am Volumen. Da liegt schon noch einiges am Volumen, was man sich hier im Endeffekt noch fischen könnte über diesen Hoch. Weshalb ich jetzt einfach noch mit dem Short-Entry warte. Und wie gesagt, Vector-Candle, ordentlich Volumen reingekommen in die Märkte. Gut, das war es jetzt erstmal so ein bisschen zu Bitcoin. Müssen wir uns jetzt nicht länger drauf aufhalten. Mehr gibt es da auch momentan, wie gesagt, nicht zu sagen. Gestern hat sich nichts getan. Jetzt schauen wir mal, wie der heutige Tag wirkt. Volumen, klar, kommt ein bisschen rein. Aber ansonsten war jetzt auch über das Wochenende wirklich nicht viel los. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Gleiches Spiel. Hier sind wir auch nicht ins Golden Pocket gekommen. Das ist wieder auch so ein Punkt, wo ich jetzt eben gerade angesprochen habe. Golden Pocket teilweise nicht angelaufen. Das war so der Plan bei Ethereum, hier unten in der Marke von 1770 Long zu gehen. Einerseits, weil wir hier unten diese 1-Stunden-Demand-Zone haben. Hier in diesem Bereich. Und natürlich auch das 0,5er war hier auch gelegen. Beziehungsweise das Golden Pocket. Wurde nicht angelaufen. Seitdem war es über das Wochenende. Leider nicht abgeholt. Deswegen auch der Trade oder die Trade-Idee jetzt erst einmal gelöscht. Letzten Stunden gab es dann auch heute Nacht. Hier um 3 Uhr morgens auch eine schöne Vector Candle nach oben mit ordentlich Volumen. 1-Stunden-Demand-Zone hat sich dadurch jetzt erst einmal gebildet. Also auch hier wäre ein Retest möglicherweise nicht verkehrt. Einfach um die Vector Candle nochmal zu füllen. Und dann gegebenenfalls mit einem höheren Tief hier nochmal einen Push nach oben hin zu starten. Was wir uns auch dazu gleich noch angucken. Die komplette Abwärtsbewegung auch hier wieder. Wir sind jetzt direkt im Golden Pocket hier angekommen. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Also Ethereum und Bitcoin momentan 1 zu 1 gleich von den Bewegungen her. Sollten wir hier einen Short reinwagen. Schauen wir uns auch mal ganz kurz das Volumen an. Wurde abgeholt. Wurde abgeholt. Und im Endeffekt der größte Volumenpeak, der vielleicht hier noch liegt, wäre hier dieses Hoch bei den 1.839. Beziehungsweise hier oben diese 1-Stunden-Supply-Zone bei den 1.854 beim 0.786. Aber ich bleibe irgendwie bei der Meinung, momentan Ethereum zu traden, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu bescheuert. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Mir gefällt Bitcoin von der Struktur einfach deutlich, deutlich besser. Auch von den FIPS her. Natürlich können wir jetzt eventuell überlegen, ob wir hier unten den Trade eingehen. Bei den 1.800 US-Dollar bei Ethereum Long. Weil wir im Endeffekt jetzt sagen können, okay wir hatten jetzt den ersten Push nach Traders Reality. Wir hatten den zweiten Push. Wir schauen uns das Ganze nur ganz kurz nochmal mit den Vektor-Candles an. Also erster, zweiter mit einer schönen Vektor-Candle. Und jetzt möglicherweise dann der dritte hier oben ins High-ADR rein. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze ausgibt. Daily Open, auch hier oben in der Area, wo wir jetzt im Endeffekt ja gestartet sind. Wir müssen das Ganze eigentlich nochmal überprüfen mit Binance. Schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Sehen wir auch, okay Daily Open, hier komplett anders. BingX hat natürlich andere Handelszeiten. Deswegen, Daily Open wäre nicht verkehrt, wenn wir das nochmal testen bei den 1.800 US-Dollar. Wäre dann auch unser potenzieller Long-Einstieg, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben. In dieser kurzen Einstunden-Demand-Zone. Also das heißt, wir gehen nochmal runter. Zeichnen das ganz kurz nochmal ein. Auch hier, die Psi-Range wäre auch. Hier wäre ein schönes Range-Breakout jetzt erst einmal. Wenn wir uns jetzt hier unten nochmal testen, Daily Open. Und dann eine schöne Reaktion nach oben hinkriegen mit einem Higher-High-Close. Dann sieht die ganze Sache gar nicht so verkehrt aus. Und dann wäre, wie gesagt, das Ziel 1.850, 1.860 US-Dollar. Also, erstmal ein guter Start in die Woche. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, ein Rücksetzer wäre jetzt echt nicht das Verkehrteste. Einfach nochmal in diese Demand-Zone rein. Ich schiele hier ganz ehrlich nicht wirklich aufs Golden Pocket. Golden Pocket, klar, ist es 2, 3 Dollar. Vielleicht können wir das Risiko eingehen, einfach hier ins Golden Pocket zu schielen. Von dieser Bewegung sind 3 Dollar. Ihr habt es vielleicht im Wochenausblick gesehen. Lieber 1, 2 Dollar ein bisschen weiter höher setzen, anstatt gar nichts mitzunehmen. Aber, wie gesagt, entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Momentan jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Aber Long-Position und wie gesagt, Short-Position sind in Planung. So, dann gehen wir rüber zu den News. Web3, große Unternehmen, unterstützen die Einführung von Financial Blockchain. Web3 geht jetzt ganz schön flott, meines Erachtens nach. Aber gut, schauen wir mal, wie die ganze Sache noch weiter Fahrt aufnimmt. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so ein wirklicher Fan davon. Auch, weil ich da schon ein bisschen was Negatives gehört habe. Aber gut, schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich würde sagen, wir hören uns eventuell heute Nachmittag nochmal wieder. Weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht eher auf dem Zweitkanal, dass ich noch ein Video poste. Ich habe ja noch ein Paypal-Update-Video versprochen. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinschauen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Wir hören uns vielleicht später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.